Hallo, mein Name ist Volker Quaschning. Ich bin seit 20 Jahren Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW Berlin. Die Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung und die Umsetzung von wirksamen Maßnahmen gegen die Klimakrise sind die bedeutendsten Aufgaben der Menschheit in diesem Jahrhundert. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass diese Aufgabe gelingen wird und freue mich, dass wir darüber beim DKE Innovation Campus 2024 diskutieren. In meinem Vortrag mit dem Titel Wirtschaftsrisiko Klimakrise – welche Transformationen nötig sind, möchte ich Ihnen zeigen, wie dramatisch die Situation der Klimakrise ist, aber auch welche Chancen wir haben, durch eine echte Energierevolution die schlimmsten Folgen zu verhindern. Ich denke, eine der wichtigsten Erkenntnisse sollte sein Handeln. Handeln müssen wir alle gemeinsam und darum freue ich mich, Sie beim DKE Innovation Campus 2024 am 2. Juli in Hanau zu sehen.